So Leute, was geht? Willkommen zu einem Video und zwar heute mal ein Duo Cup im No-Bit-Modus und zwar der CypherPK Skin Cup. Das heißt, man konnte wieder einen Skin gewinnen und zwar eben für die Top 750 Duos. Die haben den Skin gewonnen, alle anderen darunter nicht. Die haben nur so einen Spray oder so bekommen, wenn man 8 Punkte hatte, glaube ich. Aber das ist auch komplett egal. Ich denke mal, keiner wollte einen Spray gewinnen. Zumindest wir wollten keinen Spray gewinnen. Wie viele Punkte wir in dem Cup gemacht haben und auf welchem Platz wir am Ende gelandet sind, das seht ihr am Ende des Videos. Das Video wird wieder eingeblendet und ich würde sagen, falls ihr noch neu seid und euch die Videos gefallen, lasst nochmal ein Abo da. Wir sind hier auf dem Weg zu den 200.000 Abonnenten und vergesst natürlich auch nicht meinen Creator-Code. Dafür einfach Code Robnik im Itemshop. Das ist sehr, sehr nice der Support. Also danke an jeden Einzelnen, der das macht. Und dann fangen wir jetzt auch schon direkt an mit dem Video. Also, viel Spaß. Vielleicht oben drauf. Einer P. Sound. Okay, wir können halt so damit nicht laufen. Unten kommt ein zweitiger Hochgelaufen, glaube ich. Ja. Seitzig, 100. Vielleicht hab ich komplett zur falschen Seite geguckt. Einer P. Weiß. Ja, die sind bei dir unten. Einer P. Sound. Einer ist über mir hier. Auch unten ist 100. Oh mein Gott. Irgendwo bei mir, glaube ich. Da ist der Ego gekommen. Ja, hier. Sound. Ego, wir haben eigentlich ganz gute Kills für die erste Runde direkt. Ja, ich glaube, es ist sehr recht gut. Will ich anschießen? Ja, mach einfach. Schieß. 100 auf den Hintergrund. Einer ist zu einem Brunnen-Spiel. Sound. Auf dem der Worn war. Weiß. Anderer ist über mir. Einer ist auch Worn. Weiß. Einer von denen ist Worn, meinst du, oder? Ja. Ne, nicht der. Was macht er denn jetzt? Vielleicht bin ich ready. Den linken. Okay, drei, zwei, eins. Oh, drei, zwei, eins. 100 auf den Vordergrund. Einer, eine, eine P. Kann nicht sein. Ich tanzte eines, der ist hinten rechts minus 100. Der andere, der Aura. Ach so, der lebt noch links. Oh. Oh, der andere ist auch low. Der andere ist auch low. Dead. Weiß. Aber wo ist der jetzt? Oh, bei mir. Tracked. 1 HP. Ich schieß den Bar-Bow-Boot einfach. Hey, dance, dance. Auch AP. Der war ja lost, was? Wie geil. Wo sollen die sein? Ah, hier. Deck los, deck los. 60 auf den. 60 auch. Tracked. Lass rein, lass rein. 1 HP, dead. Was macht der mit seinen Waffen? Ich tippe dann jetzt auch. Ja, bei uns. Soll ich Pottaport werfen, ne? Äh, komm einfach hoch. Die sind schlecht. Hier haben wir. 1 HP. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, ist das? Die Spray die Wall-Off. Ja, Dinger. Hängt an zu blazen. Ich weiß es nicht. Guck mal was die hat da in Splashes. Oh mein, die haben auch Sniper. Das ist aber das Trunk-Stool gewesen, scheinbar. Auf den Vorderen. 50, Sieg, one Spiel. 1 HP. Nice. Jetzt sind noch zwei Solos. 30. Der fliegt da runter, also Cracked. 30 White. White, dead. Nice. Such den letzten schnell. Hinter dir? Der ist auch da unten jetzt. Kommt wieder hoch. Wieder Out of Storm, kaum was seine Mission ist. 110. 1 HP. Down. Ey, gute Runde. 25 Kills in Duos. Ist gut, glaube ich. Na, bis jetzt. Und 30. Geht voll klar. Die Games wissen ja schon, ja, das kommt nicht mehr, weil es ist ja schon halb. Direkt vor mir, lass den beamen auf der Straße. NLP. Dead. Der andere ist rechts. Auf und auf. 60. 40. Ohne Spiel, dead. Der ist links an der Kante. Headshot-Snipe. Lass rein. Ohne. Der hat noch mehr Impulses. Ich glaube, der eine will zum Padrennen. Headshot-Snipe. Nice. Ja, der andere ist da. Headshot-Snipe. Ja, was ist denn jetzt los? Malte neun. Der ist schon... Der Game ist einfach jetzt vorbei. Das ist schon so okay, eigentlich. Ich habe halt nur neun Sniper-Bolusser. Über die, über die, über die. Über die. Ah, seid die Besten. 30 auf den links. Also der andere ist nur mehr offen. 25. Ich sehe das nicht hinterher. Seenst du euch right, dead? Ich habe nur 30 right. Der oben sind welche auf dem Berg. Das ist der. Headshot-Snipe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, wenn die auch ein viel sind, schießen wir einen raus von denen. Aber jetzt. Ja, jetzt den, oder? Ja, ja. Cracked. Dead. Boah, das ist so lange gedauert noch. Wisse. 60. Cracked. Ich wollte nicht viel. Ich habe keine Emo mehr. Ja, jetzt sehe ich den nicht mehr, Digga. Hast du den rausschüssen da noch? Cracked. Ja, einfach, aber die sehen wir uns. Warte. Cracked, close. Cracked, crack. Cracked, right? Down. Nice. Haben, wo sein Mates ist. Aber bei dem Finish. Der ist vorhin auch geflogen, irgendwo unten im Südwesten. Ich gehe einmal drum herum und dann komme ich wieder hoch. Der ist hier wirklich drin. Komm runter, komm runter. 1 AP, 1 AP. 20, 40, right oder so. Ja, in welche Richtung? Der landet auf dem Ballon bei mir. Ah, wow. Runter, wieder, minus 80. Ich schieße, ich schieße, du fliegst hinterher. Ah, ja, okay. Ich bin jetzt auch noch. Okay, ich gehe hinterher. Er will wieder hochgehen, aiming up, oben. Right, dead. Ja, was ein Loser. Ich bin Pulsen raus, ich bin Pulsen raus. Ja, oder so. Ich gehe halt. Right, right, dead. Also das Aim, wow. Da gibt manchmal einfach alles rein und manchmal gar nichts mit der Waffe. Oh, damit geht bestimmt besser rein. Ich weiß nicht. Hat es uns da oben hin zu Impulsen? Ich glaube nicht, ne. Der kommt runter, der kommt runter. 30, 60. Ich werde sterben. Ich auch. Oh, das ist so. Junge, einfach weil es ein scheiß Berg ist und es keine Items gibt, wo man sich irgendwo schützen kann momentan. Wollen wir einfach schießen? Ja, komm. 3, 2, 1. 28, Craig, ich wollte nicht spielen. Komm, 3, 2, 1. 60, 80. Was? Oh, wollen wir die pushen? Ja, schon. Ja, beide minus 80, eigentlich. Die ist eine Etage oben. Er ist auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Oh. Ich bin dead. Die gehen weiter. Ja, wir müssen abschliesslich. Ja. 30, Craig, 3, right. 60, right. Der Einer rennt hier. Der rennt zu dir hoch, ne? 60, 90. 1, 2, Craig, Craig, 3, right. Dead. Nice. Ich just, das Matt geht's kurz. Er kommt, er kommt. Ich komme. 100. Nice. Auf der Straße holen die sich gegenseitig jetzt. Ja, wir können die Karten eigentlich. Fine, dead. Ist nur noch ein Duo. Nur noch ein Duo da oben. Ja. Headshot, snipe. Der kommt bei mir, bei mir, wenn der noch nicht mehr kommt. Was machen die jetzt schon wieder? Oh mein Gott. 100. Nice. Es geht nichts ein. Defect. Und ich spiel? Ein AP, ein AP links. Die sind beide one. Ich werde auch sterben. Die sind beide one, aber. 70, Digga. Was macht ihr? Nice. Die Waffe ist so schlecht. Ja, oh mein Gott. Ich bin fast gestorben. Jetzt kommt nur der SMG. Ein cooler Play, bro. Ja, was sind denn für Leute? Ja, mein Noc fliegt in den Zone, aber. Echt jetzt? Oh, ich lande nicht auf dem Tower. Oh, ja, aber ich bin unter dir. Ich bin tot. Ich bin jetzt safe hier unten. Oh, ne, bin ich nicht. Schein hinter dir. Ach, Digga. Mega. Oh, links siehst du den? Ja, das sind die, die uns vorhin abgepackt haben. Viel Rache. Ja, du hast halt komplett Sound, ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Glaube ich eher schlecht. Nice. Ja, Digga. Nice. Nice. Hat er Impulse? Ja, 1v1. Das ist genau der Typ, der uns die ganze Zeit abgefuckt hat. Der hier. So gut. Let's go. Nice. Aber zwei Games ist halt leider gar nichts mehr. Das stimmt. Aber kannst du nicht erzählen, dass alle, ja, okay, doch. Die haben wirklich alle noch genimmt. Ich glaube, hier ist gerade bei mir. Unter uns ist einer. Direkt unter mir. Ein AP. Red. Ja, haut ab. 50. 27. Ja, mit Augen, kalt. 50, 50, right? 28. Das ist einer AP. Dead, dead, dead. Was? Hier fliegt noch jemand hin. Ah, ne, der fliegt weg. Der fliegt noch. Siehst du den? Ja. G3, 2, 1. Okay. Oder halt die Hütte, aber ich glaube, der Busch ist besser. Da sind welche Leute drin. Einer, du, einer, einer, einer. Hast du, hast du. Voll spät, der. Hä? Hä? Wie lucky ist der, dass wir beide reinschießen und keiner den getroffen hat? Hat der Minis? Ne, er hat den. Leider nicht. Hier war doch eine Chest, warte mal. Ne, auch nix. Ich habe halt Splash, aber. Soll ich irgendwie dreimal Splashen oder irgendwie so ein Scheiß? Ähm, mach mal zwei. Die beiden da. Mach mal zwei. Vielleicht noch wegen dem Hof. Ja. Das ist schon over, glaube ich, oder? Momentan Stein. Hinter uns ist jemand. Zwei. Willst du den anschießen? Ja. Ich habe meinen Sniper gemacht. 28, 60. Red. Nice. Der andere ist weg. Der läuft jetzt. Der ist hinter dem Stein. Hinter dem Stein. Oh, ich. Oh mein Gott, was? Ich habe Dings hier. Hey, Junge. Es ist der Solo auch wahrscheinlich sogar gewesen. Ja, es war auch der Solo. Aber es leben halt eh nicht mehr viele. Wichser. Wir haben noch so ein Rifle. Weil, wenn ich jetzt Solo hätte, würden die alle, glaube ich, so ein Ding hier machen können. Stimmt. Das ist eigentlich so perfekt. Du hast halt 70 AP noch. Das ist okay. Nee. 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 Wirklich. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Da rutsch den Berg bei mir runter. Warte. Dead. Unten. Drei. Drei, zwei, eins. Warte, ich will. Dead. Der andere kommt von oben. Der kommt von oben, die Treppe. Er rennt. Ich nehme mich den Puls runter, warte. Ja. 100. Oh mein Gott, das ist so OP. Ich nehme mich, ich nehme mich. Schieß die Reifen weg. Sag mal. Warte. Cracked. Ja, was macht er mit uns? Hä? Digga, ich möchte verlieren. Dead. Das ist ein Idiot. Hey, das war gerade Ultra OP mit dem Reifen. Ich konnte ihn nicht abnehmen. Und der konnte mich da nicht abschießen. Ja, das war OP. Aber das war ja voll schlecht schon denn eigentlich. Der fiel im Madcat. Hinter uns. Da war auch. Der macht auch den Berg. In Kolossee war auch drin. Hier rechts auch viel oben fehlt. Cracked war nicht viel. Nice. Ja, wir können eigentlich jetzt rein und dann... Ja, ist ein Baum gelandet, der eine. Was machen die? Das kann nicht sein. Soll ich uns einmal impulsen und einfach das Ding schmeißen? Ich mach einfach. Ja. Krass. Du musst dann wieder zu mir kommen, wenn es geht. Ja, ich hoffe es. Es war halt voll grief, dass die in einem Baum vor uns gelandet sind. Hinter uns, hinter uns. Ich gehe runter. Du musst schmeißen, glaube ich. Oh. Mach mal zu. Kannst du noch eins in die Richtung oder glaubst du das dumm? Du musst. Ich habe sie gedorfen, ich habe sie gedorfen. Mann. Du bist, glaube ich, fein da drin. Die kommen zu dir. Nein, Digga. SMGs. Ich hasse SMGs. Es war schlecht gespielt, aber Digga. SMGs sind so scheiße, Digga. Wer spielt denn eine SMG in dem Modus? geil. Eu Haw compare das zu dir. Aus- てbelhöSE. In der Nachter maintenier.